Musik 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 Jetzt sind sie schon gegen einen Ort sind wir in Blumau Neureshof bei der alten Fabrik Musik Stammen ja teilweise noch aus der K&K Zeit Teilweise ist das auch als Übungsplatz verwendet worden Es wird schon finster Das ist schon Wahnsinn Eine Ruine nach der anderen Musik 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 Hier ist ein Eingang Das ist ein Eingang Was haben sie da gezeigt? Was haben sie da gezeigt? Was haben sie da gezeigt? Das hat alles zu angehört Tote Pulverfabrik Das hat alles zu angehört Auf alle Fälle wohnen sie an nicht? Schätze Stammt aber teilweise noch aus der K&K Zeit nicht? Ja Musik Schön Ganz eigene Farben Wenn es finster wird Das ist ein Eingang Ja Da ist ein Eingang Da ist ein Eingang Da ist ein Eingang Lächeln Da wachsen schon die Paminasse. Fügst du das selber allein, ich geb's zu. Ein Loch in der Mauer. Und das Ganze füllen wir da in die Raunechte. Naja, wird auch nicht mehr lang durchstehen. Da geht's aus der einen Halle raus. War der richtige Eingang. Der ist aber verwachsen. Die Ferne schaut da auch doll aus. Im Hintergrund hätten wir schießen. Da liegt ein Schießplatz. Da liegt noch ein Beurorbeet. Von den Soldaten. Da geht das ganze Haus. Das ist da. Lost Places Bua. Und das Ganze in die Raunechte. Und alles, das ist da. Da ist alles zusammengebrochen. Der Windrad. Die Stiegen, da die Tollen. Da geht's auf. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. Bevor die Okte über uns kommt in die Raunechte. Jetzt ganz dünner der Wind. Wind hört man. Jetzt hoffentlich findet man wieder zurück. Und da ganz entrisch. Die Bahn. Richtig in die Raunechte. Ein Wind pfeift. Das aqui ist eigentlich auch schon ein Wind. K skillset. Und bevor die Release. Untertitelung des ZDF, 2020